Was soll jetzt für ein Event kommen? Wir gehen einfach mal da rein, weil wir es können. Wer bist du denn? Frohe Spaß! Ähm, Stimme, Stimme. Willkommen ein Steinsbäcker! Das ist immer noch total bescheid. Egal. Wie viele Silberpunkte? Ich hab nur einen. Mann. Was soll das? Was wollt ihr alle viele Silberpunkte von mir? Ich hab nur einen. Ähm, ich hab jetzt auch keinen Bock, die zu sammeln, weil sie wahrscheinlich total unwichtig sind. Egal, wir gehen jetzt einfach mal zurück. Hallo. Ähm, oh. Cool, wir haben 300G erhalten. Einfach so. Super. Hey. Wir gehen zum... Wir müssen... Oh Gott. Im ersten Part von Orientierungsschwierigkeiten. Ja, hey. Wir reden einfach mal mit dem Typen da. Restroom, Bar, tschüss. Ich finde es immer noch cool, dass man während dem Dialog rennen kann. Äh, Laden. Ne, zum Laden wollen wir gar nicht. Wir wollen nicht zum Laden. Wir wollen auch nicht zum Wohnhaus. Wir wollen auch nicht zum Wohnhaus. Ich geh nochmal hier hin. Hier muss doch irgendwas passieren. Müssen wir vielleicht mit jedem... Ach, hier war ich doch schon. Müssen wir vielleicht mit jedem... Besuch hier reden oder was? Ja, das hatten wir auch schon. 400 Jahre. Wow. Lange Zeit. Wundert mich, dass ihr immer noch dieses Fest feiert, weil es schon 400 Jahre alt ist. Und so. Nummer um die Wette trinken. Drücke A so schnell. Oh, das kann ich gut. Ach, da fände ich los. Komm schon, ich muss gewinnen, ey. Du hast wohl keine Übung. Äh, nee. Einprobiere ich noch. So, jetzt einfach richtig. Okay, auf die Plätze, fertig. Los. Man hört den Button. Oh yeah, komm schon, komm schon, komm schon. Verdammt. Scheiß drauf. Wirklich. Äh. Flashing Textbox. Wohoo. Äh, nee. Oh, hier. Kann man übrigens auf A umstellen, wenn die Anno kommt. Wo ist meine Katze? Äh, oder so. Wahrscheinlich müssen wir die Katze der Kleinen suchen gehen. Was zur Hölle? Kannst du mit dir knüpfen? Was? Was war das denn jetzt für ein Move? Moment Was zur Hölle? Yeah! Updancen! Yeah! Updancen! Waaah! Win Animation! Yeah! Yeah! Wow! Ich möchte hier gerne raus! Lasst mich bitte raus! Danke! Was zur Hölle war das? Hilfe! Oh mein Gott! Egal! Ähm! Ja, ihr seid immer noch am Haufen! Was soll ich tun? Ach nein, das ist immer noch Wucher! La 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 Du 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 Hier war ich schon Und da auch und da Ich glaube ich muss gleich mal in die Wohnhäuser gehen Das gibt ja wahrscheinlich noch keine Streetcodes am Anfang Das würde mich alles schwer wundern Das ist die Grunddauerzeit Lege deine 1 Silberpunkte hier an Super! Meine 1 Silberpunkte Egal! Stahlrenner können schaffen Ach der Typ gibt einen Tipps Wer als nächstes gewinnt oder was? Der macht es einfach nur random Achso doch! Hm! Der sagt einem also fürs nächste Rennen an Hm! Damit kann man wahrscheinlich Silberpunkte farmen Denke ich mal Egal! Wir gehen nochmal raus und gucken jetzt meine ganzen Wohnhäuser nach Was hier so los ist Hier waren wir ja schon Am Anfang? Ne! Von wegen! Die haben vieles Sprites recycelt Meine Herren! Kaum zu lang Unsere Arena ist 1000 Jahre alt Und unser Königspreis der 23. Jahre Also quasi Der Ur 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 Ne ich lass es lieber Sonst vertue ich mich nachher noch damit Und dann bastet die alle aus wegen irgendwas Äh Ja Sooo Was hast du denn zu sagen 100 g nach Porte mitfahren Nein! Ich weiß gar nicht wo ich hin will Manchmal strudelt im Meer Das wird bestimmt auch noch ganz relevant Wenn Fritz nur zurück käme mehr will ich gar nicht Wer soll ist Fritz? Egal Ähm Direkt auf die Fähre könnten nicht Wunderbar Was soll ist denn hier unten? Lukas Haus Also wahrscheinlich müssen wir da auch hin Ja Eindeutig Äh Alchemistin Und so Wahrscheinlich mussten wir hier als erstes hin Äh Luka Hallo 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 Luka Wo bist du? Das hört sich so weit Luka wird Also sie wird bestimmt nicht so ausgesprochen Und sie ist nirgendwo Ey Ah Ne Moment Lara Äh Zu ihrem Vaterleder Wuhuuu Ne Moment Moment Da oben war Warte mal War ich da schon drin? Nein Aber hier ist es auch total uninteressant Sehr Gott Wie komme ich eigentlich darauf? Wie komme ich darauf? Wie komme ich? Also erster Kritikpunkt muss ja schon mal sein Ich kann keine Sachen ansprechen Also so null Ich mag das wenn da so kleine Gimmicks versteckt sind und so So kleine Kommentare von den Protagonisten hier ist es ja null Egal Egal Müssen wir noch den Fall von Luka finden Das wurde wahrscheinlich auch schon neu Wo der wohnt Aber egal Wir gehen da völlig mehr hier lang Und wenn die Protagonisten nicht anfangen zu meckern Dann sind wir wahrscheinlich richtig Oder so Hm Ne Ok Ok Auf der Oberworld können wir da mal nicht rennen Das wäre dann auch wohl glaube ich ein bisschen zu schnell Sonst Und so weit Halt Lalalala Oh da oben ist ein Wald Ja Genau Komm ich schon erst kämpfe ich kann es mir ja kaum vorstellen Oh doch Oh unser erster Kampf 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 Ö eh 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 Ne Doch Was her jetzt Achso Alte das ist das Kampfl길ue OK Wir hauen einfach mal drauf Kann amout ob wir jetzt schon irgendwie so großartig und Hels Nickict haben gegeben Aber wir scheinen alle instant zu killen Von daher Ist ja eine echt starke anbrust ne Zack knobs damit hätten wir den ersten Kampf erfolgreich beendet und 9 erfahrungspunkte erhalten und 3 tech punkte und 45 warum sollte ich 10 silver punkte gegen 50 gehe ich krieg für einen kampf der vielleicht drei sekunden dauert fast genauso viel aber die gegner müssen anscheinend echt nur in den schirm kommen und dann geht schon los das heißt ich glaube großartig kämpfe zu verhindern ist so gut wie möglich so ein schwertipp down und was ist das da überhaupt ach so was da oben aussieht wie nur ist anscheinend irgendwas mp und lp anzeige hier wird offensichtlich lp genannt erscheint so ein mix aus echtzeit und runden bei mir zu sein ja wobei mehr runden bei sehr säuren 60 lala 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 ich bin hier wahrscheinlich richtig hallo pilze hallo pilze ich kenne euch allen sender weil ich level 1 bin wow 5 hp das hat wie getan nichts und damit hätten auch diesen gegner ledig wir haben noch mal neuner von noch mal 30 punkte noch mal 48 und ein tonic und wir sind level 2 aber seine sieges pose ist auch cool okay dahin geht es zu schloss gudia betreten verboten ich betrete es geil so rein da wer ist da ok